Hi und willkommen. Mein Name ist der Mirol P. Und mein Name ist Mario Master. Und wir begrüßen euch zu unserem neuesten Projekt. Und zwar Donkey Kong Country mit dem Super Nintendo. Jawohl! Oh nein! Aha! Das ist eine lustige Geschichte. Ein bisschen spontan jetzt die Entscheidung dieses Projekt zu machen, weil... Weil wir ein paar Probleme haben. Aber wir wollten eigentlich was anderes aufnehmen. Ja. Für den DS. Aber... Wir haben gerade damit schreckend herausgefunden. Sollte Start drücken. Eigentlich. Dass es überhaupt nicht möglich ist, mit zwei Controllern ein DS-Spiel zu spielen. Ja. Also... Deswegen haben wir uns jetzt für Donkey Kong Country 1 entschieden. Genau. Und ja. Fangen wir einfach mal an. Wir machen natürlich ein 2-Player-Team. Weil wir sind ein Team. Er spielt Donkey Kong, ich spiele Didi Kong. Und dann würde ich sagen, lasst uns mal das Abenteuer beginnen. Ja. Ja. Das Spiel ist zwar komplett auf Englisch, aber ich denke mal, das dürfte kein Problem sein. Ja. Aber soll schwer sein, glaube ich. Ja. Wir versuchen alles zu finden. Mal gucken. Wie geht es mir alles? Ich bin so schon mal nicht. Du rennst mit Y. Ach ja. Wir sind ja... Wir sind ja... Wir sind ja irgendwie, weil ich mehrere Knöpfe verfügbar... Oh ne! Oh! Oh! Die Bananen sind weg! Was machen wir denn jetzt? Ja. Neu. So. Ich weiß so ein paar Sachen über das Spiel. Also ich hab schon mal nicht... Da bin ich... Da bin ich... Was machen wir denn jetzt? In und wieder so mal Let's Plays oder so geschaut. Ist nicht vollkommen, aber... Aber so ein bisschen, ne? Es war überall. Zu ne Zeit, weil... Ja, ähm... Wichtig ist das, dass wir bei den Leveln dann Ausrufezeichen bekommen. Das heißt nämlich, dass wir dann alles in diesem Level gefunden haben. Weil es gibt ja hier Bonus-Level. Und wir versuchen natürlich alles zu machen. Das ist ein Checkpoint-Fass. Das kennen wir ja. Die Kong-Buchstaben haben... Oh! Was? Du wurdest getroffen. Von was denn? Da! Von der Nuss! Von dem da oben! Boah! Da haben wir Rambi! Den tierischen Elfer! Oh! So, jetzt mach ich alles kaputt! Niemand kann mich aufhalten. Da wir ja... Als Team spielen. Denn es ist also, wenn du stirbst und ich nicht da bin, verlieben wir beide trotzdem ein Leben. Aber ich bringe uns das Leben. Wenn einer getroffen wird, dann... Der andere noch am Leben ist, dann... Ja. Genau. Und die erste Elfer macht gerade... Nein! Nein! Sauer! Sauer! Ja. So. Warte! 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 Wir haben es geschafft! Haft! Und der Jungle High Jinx hat ein Ausrufezeichnis, dass wir haben es geschafft. Dann geht es weiter mit... Rupee Rampage! Ah, okay. Das dürfte, glaube ich, das Sturzteil sein, so heißt es glaube ich. Ich meine, so hieß das Level. Wie ist das auf Englisch? Äh... Rupee Rampage. Okay. Da hat nichts damit zu tun. Und mal was. Nein. Doch. Na. Wo? Wir sind ja wieder. Wir können übrigens mit Select unseren Affen wechseln. Select? Ja. Ich habe gerade mal A gedrückt. Bei unserer Testaufnahme. Ja, hab ich schon gewechselt. Das soll ja ein Klassiker sein. Eines der besten Super Nintendo-Spiel, von was ich so weiß. Ja, es ist auf jeden Fall ein Meilenstein. Wir haben ja schon so ein bisschen Geschichte hier mit Donkey Kong, deswegen... Ja. Wir müssen uns nur was einfallen lassen, halt. Genau. Wir müssen uns einfach nur eben was einfallen lassen. Das war ein bisschen ärgerlich. Ja. Weil ich hätte auch gerne, die war allerdings erst mal... Ich hätte auch... Ich hätte auch gerne. Wir haben Mario & Luigi Partners in Time gespielt. Ah, was auch immer machen, ne? Ja, was auch immer machen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir Boris verpasst haben. Au! Ja, wie kommst du da rauf? Weil er ja das Ziel ist. Ja, weil geh immer zurück. Geh immer zurück. Da. Ah. Pfff. Quatsch, was sagt, ne? So, jetzt musst du das Leben finden. Wo ist es? Wo war's? Das ist richtig. Ja. Fo ho ho. Jug hug. Ja. Jaa. Und jetzt fang ich. Genau. Das ist bisherig. Da. Oh, ja war schon erzählt. Ja, Nein. du kannst auch da oben drauf springen über die hülle und kannst auf die hülle drauf springen siehst du ein kong ich will ausprobieren haben wir nicht haben was vergessen können ja nachher aufs kümmer gucken ich habe nichts mehr übrig also fakt nicht auch nicht überall hinpacken wo er will der freundlich geschwindigkeit also ist der gameplay ist viel zu viel für mich ok so und drücken dann geht es weiter in reptile reptil wahnsinn da bin ich wieder ich bin mir erst mich vermisst ja danke sehr mädchen in die fresse gefallen dass ich bin ja da steht dann ist der andere mann also ich verstehe nein daneben wir waren so von alleine wechseln werden wir jetzt nicht so oft nicht so oft wir suchen einfach unser bestes ja ich werde so oft hat wusste ich doch ich stehe mal so gegen ende wird auch noch aufgetroffen glaube ich auch weil also gesehen wie ich hinterher gerutscht bin ich nicht das ist und hier hast du den gesehen und den und den und den 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 gesehen was noch mal jetzt nicht gesehen was was hier hingeguckt was fällt ja ein was den gesehen das ist doch nicht aus doch gekommen das ist ja checken fast ich bin kurz vor dem check pointe gehe ich rein haha ich bin jetzt mal wenn man so fast kriegt also ist hat schon offensichtlich dass da irgendwo was ist ne zum auch machen ach nicht wirklich auch sehr sehr fiese bonuslevel sein also es gibt sogar einen bonuslevel eben einem bonuslevel geil aber das gibt es nur ein einziges mal das kommt erst sehr viel später kommt 5 das ist die erste welt wir sind jetzt im dritten level weil ich habe das erste spiel versagt jetzt kommt die beste musik überhaupt die entspannendste musik aller zeiten aber weißt du was du darfst auch mal du kannst du wechseln du kannst nichts machen kannst dich angreifen sehen wir hier im wasser absolut machtlos endlich auf unsere luft anhalten so geht aussieht aber schwimmen mein leben schwimmen 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 es könnte sein dass diese banane und dich dazu verleiten würde nach unten zu gehen warum du wolltest nicht dieser pfeil weiß ja nicht und jetzt hier haben wir hier haben wir den schwertfisch angad wenn du in der nähe von dem gegner ist ja automatisch an ja du kannst ihn auch wieder einsammeln aber du bist wichtig macht gar nichts doch dann du kannst mit die fische angreifen außerdem ist ein schwertfisch sind echt mächtige wasserkreaturen mächtige jäger tief sind also die schlache stich mächtige kreaturen spielen tut irgendwie alles verprügeln aber wir freuen dass ich mit allen füchern an geht aber nicht weiter auf ihn die die nein geht nicht ich schwimme lieber ich möchte lieber schwimmen dieser besser okay ja die zweite express statur wenn wir drei von diesen stadt und gesammelt haben bekommen kommen wir in ein bonus dabei sein ja so heißt der strauß war ja so heißt wirklich das kein witz der heißt wirklich so was gibt es da zu lachen umgehen das böse endwort das hat sie ja übrigens in dem wasser level gibt es keine bonus level ganz geschafft ich kann euch mit meinem geilen turbo jet überall hin bringen aber leider nur zu den augen bereits waren der hat sich gerade wiederholen wir können nur ein ganz einfach drücken ich weiß es aber nicht gleich in die labe rein doch wenn wir das nächste durch einfach starten select ja genau beryl cannon canyon in knallertal bitteschön beng k k k na, ich glaube da kannst du jemand rein, ne guck mal noch noch was pf au koin k 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 Dass du nach da oben kommst. Damit kommst du nur nach da rein. Oh mein Gott, ey. Na gut. Okay. Wollte ich eigentlich nicht rein, aber okay. Wollte ich so viel überspringen? Ich weiß nicht. Du hast es gerade getan. Muss ich nur an der Wand halten, ne? Muss ich dagegen werfen. Muss ich auch dagegen werfen. Da war nichts. Okay. Oh, hier. Ah, falsche Wand. Boah. Wie soll man denn da pissen, ey? Nein, nein. Nein, nein. Nichts. Na, weil wir werden einfach manifestationen mai aha jetzt bin ich dran naja die wand noch mal kaputt macht das richtige da soll man das wissen sagen wir auch das was man dagegen glauben irgendwie weil ich eben weiß ja auch direkt vor dem buchhalter ja nicht so stark wie du die k aber nicht gegen die wandel auch nach links oder was weil du dir hoch hält ist es geschäftsmann in die animation wenn ich als weiter spieler wenn man muss mal drauf achten wollen als da irgendwie so reingeschlittert bin in diese eine höhe lehrt mal gut nicht gleich mal zeigen ja jungen nein ganz im weg bis dahin noch mal ja noch mal gemacht werden das war ich nicht glaubt nicht aber macht lieber noch mal wo war es noch mal hier ein weiter als weiter da war es ich habe noch gar nicht geworfen weil auf dem gingen gesprungen ist verdammt wut trauer verzweiflung ich glaube nicht in den critter reine Okay. Okay. Pium! Pium! Oh, oh! Bande an! Oh! Früher nach links? Der regt mir da noch schnell. Pium! 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 Ähm, ne? Oh, oh! Puh! Puh! Der Level ist der erste Krete, der 5. Der 5. Level erst? Oh! Und wir haben nicht alles gefunden! Juhu! Geil! Äh, Candy's save point! Hier können wir speichern! Ja, ja! Das ist dein save point! Wir speichern mal! Wir haben 12%! Cool! Boah! Cool! Das ist aber leider zu wenig! Dann würde ich sagen, wir beenden noch die Welt und danach werden wir den Park beenden! Ja, wir werden das 18 Minuten! Warte, erst 18 Minuten? Okay, dann machen wir weiter! Okay, very naughty Slayer! Ein Boss! Nimm das, Biber! Und nochmal, Biber! Nimm das nochmal, Biber! Nimm das nochmal, Biber! Niemand mag, Biber! Da ist er, Biber! das nekis und das ist die können hoch springen und ich bringe diese nordis diesen luthien das habe ich hier geiler lud jetzt habe ich immer im leben vor uns das ist express übrigens ja der hat geiles sneaker dann muss man warten wenn wir den zweiten teil spielen da gibt es auch aus und hier schnell war der und der raubtunschuhe an darauf stehst du ne selbst wenn vorgestoßen sind generell schnell rechte strause tun auch mit genau schon mal einen freier wildmann gesehen wir gehen wir kriegen jetzt insgesamt sieben leben pro 100 das ist einfach nur unser punkt verdoppelt übrigens wenn wir eine express eine tier 3 tierische statuen haben und dann in das brussel bekommen wir starten wir vom letzten checkpoint wieder oder wenn wir kein checkpoint aktiviert haben vom start das ist eine feste aber auch egal ich hasse wissen wir haben es geschafft und wir haben auch alle bonuslevel weiter geht es mit dem level mein kart karl loren crash und ich würde mal sagen in diesem level gibt es keine secrets einfach noch achten starke reflexe reflexe aber die buchstaben kann ich wahrscheinlich verpassen ist doch egal buchstaben sind nicht so wichtig wir sind hier gar nicht sie sind hier gar nicht wichtig buchstaben geben das ist nicht topical freeze oder returns checkpoint nein da liegen ein verloren karten mitten auf dem weg Okay. Ah pfff! Schimmer! Ich flieg einfach so nach vorne aus. Oh, geil. Oh! Warte, wir haben hier Geisterfahrer. Woah! Wir müssen auch zur Arbeit halt, ne? Der Scree tut irgendwie viel zu schnell irgendwie dich bewegen. Ja, irgendwie schon. Alter, wer baut solche Schienen, ey? Entdeckung, Alter! Entdeckung, Alter! Ich wusste, dass nur noch einer kam. Geschafft! Bouncy Bonanza! Wie macht er das? Oh, du bist da. Ja. Tue ich nicht. Hm. Okay. Mal mal ausprobieren, ob das klappt. Weil ich nehme an, ich werde das Ding hier. Warum hast du das Ding hier an der Rechte bewegt? Äh, einfach so. Und ich glaube, damit man noch das Karten kommt. Was? Jetzt hast du ihn kaputt gemacht, ey. Schämst du dich denn gar nicht? Finde ich gut. Ne, ne. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Wie geht's denn auf? Bzzzzzzzzz. hat dann kein checkpoint für den reifen mit nach oben kommst ja du brauchst den reifen dann müssen wir unten lang gehen und ich halte gar nichts durch ganz ruhig dadurch gehen da ist da oben ist eine höhe da bist du bestimmt reingehen ich glaube ich glaube der kommt nicht wieder reingehen und der neuer frisch ist das so ich weiß dass da oben ist das waren mein bruder gemacht habe das geht man einfach so irgendjemanden ja ja klar warum wir nicht die bananen sind voll wertvoll ja wir haben alles gewonnen machen wir weiter mit station wo die maulen so aggressiv waren die lichter immer an und ausmachen mussten wieso ein paar weil ich jetzt einfach weiß nicht irgendwie zu decken dann gehen wir ja kann ich wieder so was du da umzukriegen wenn wir so kriegen ich kann da eingehen das ding ist da kommen wir einmal runter die ganze familie ja auch spiel für die ganze familie nein wir haben nicht alles gefunden dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder wenn es heißt doch nicht jetzt ab in badmühlenstein bis dann und schau und